1. Brahim Dias, Großvater Angel hat sich hoch emotional zum Wechsel seines Enkels von Manchester City zu Real Madrid geäußert. Erlebe La Liga live und auf Abruf auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Jetzt kann ich in Ruhe sterben. Das ist das Größte, was mir im Leben passiert ist, sagte Angel Dias in einem Interview mit dem Radiosender der Marker. Brahim Dias Stolz nach Real Wechsel, wollte nirgends anders hin. Real präsentierte den 19-jährigen Spanier, der für 17,3 Millionen Euro von Manchester City kommt, am Montag im Bernaboy. Das ist der wichtigste Tag in meinem Leben, weil ich zu einem Klub komme, von dem ich seit meiner Kindheit geträumt habe. Ich wollte nirgends anders hin, betonte Dias. Der offensive Mittelfeldspieler war Anfang 2014 vom FC Malanga in den Nachwuchs-Manchester-Cities gewechselt. Für die erste Mannschaft der Sky Blues absolvierte Dias insgesamt 15 Pflichtspiele, sah aber offenbar keine Perspektive, sich in naher Zukunft im Team von Trainer Pep Guardiola zu etablieren. Punkt. Bei Real hat Dias nun einen Vertrag bis 2025 unterschrieben und trägt bei den Königlichen die Rückennummer 21. Punkt. Bei Real hat Dias. 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 Punkt. 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 Punkt.